Loveria! Peter, ach wie schön, du bist gekommen. Ich hab's endlich geschafft. Und jetzt können wir heiraten. Ja, denn mit solch einem eindrucksvollen Sieg wird es dir sogar möglich sein, meinen starkköpfigen Vater für unser Verlöbnis zu überreden. Du bist der Beste. Schon bald sind wir eine Familie, dann fehlt nur noch ein Kind. Äh, kurze Auszeit. Nur um nochmal sicher zu gehen. Du weißt mittlerweile hoffentlich, wie man Kinder macht, oder? Netter Versuch, Peter, aber ich bin längst nicht mehr so naiv wie früher. Ich habe mich genauestens erkundigt. Ich beweist es. Ein Kind zu kriegen ist ganz einfach. Wenn zwei Menschen sich lieb haben, sprechen sie zusammen ein Gebet und dann bringt ein Storch das Baby in einem Beutel vorbei. Ist das nicht ein wahrhaftiges Wunder? Das einzige Wunder ist deine Unschuld. Genau das passiert, wenn man in der Schule nicht aufpasst. Auf Wiedersehen!